Oh, fuck. So, 7500 von diesen Drecks hier haben wir auch gepaddelt. Bam, bam, bam. Ach, Mann! Oh, Sakura. Da steht genau drinnen. Oh, Alter. Wie viele von diesen Scheiß hier gibt's denn? Oh, fuck you, Alter, der ist sauer. Spiel mit dem. Ich töte mal bis zu 10.000 mal diesen Drecks hier einfach mal. Warum auch nicht? Ja. So. Soll ich dich vielleicht jetzt nutzen? Sehr schön. Boom, Alter. Beide Arme erledigt. Sag mal, du hast mal was geschafft. Ich wette aber. Alter, wie soll ich denn da ausweichen? Oh, da bin ich auch ein bisschen ausgewichen. So, 10.000! Silber Schuriken! Silber Schuriken! Oh, das ist er! Oh, das ist er! Oh, das ist er! Und das ist er! Oh, das ist er! so erledigt das ist ja das steuer ist nicht so krass Oh, f***, Alter. Hui. Was muss ich hier machen? Ich habe keine Ahnung. Ich war hier raus. Hui. Oh, ich glaube, ich erst kann ich nennen. Weiter geht's. Da müssen wir mehr machen. Ah. Ah, ja. Wir haben es geschafft. Ich bin der Schlösen, leider. Oh, das war einfach jetzt. es ist es ist auf jeden Fall Alter, wie das aussah jo, mit ner geschweidigen Kurve so ja, ist schon ich muss drehen ich muss drehen WOOOOOHHHHH Ich dreh noch ein kleiner Rechter und ich weiß nicht weg ich drehe noch mal und jetzt drücke ich weg ich möchte das Mikro so krass tut mir leid die Lieder es gibt die Schöne auch die Läder ich mag Sakon nicht immerhin also ich mag es nicht Prozent die Kette an der Dichtung der Klinik schießen Sasuke, in diesem grossartigen Mann haben wir die Schäden. Wenn du dich verletzt hast, dann bleibst du die Schäden. Wir werden uns mit den Schäden herunterladen. Das ist egal. Ich werde es in Ordnung. Hey, Sasuke! Geh auf! m am erreicht ich weiß nicht schaffte mir so viele Ärzte zum Geschlecht ist nicht geworden ich bin alt ich bin es nicht mehr würdig ein Ninja zu sein ich heiße ab sofort ein Ninja so alles geht gleich weiter ich muss mal kurz meine Postpillen hm wer weiter wir haben alles geschafft sweeter boy Hanabi the last Hanabi Hyuga neue Episode Freizeit jetzt kannst du ein Kampf in Zeiten Raum spielen und wir sagen aber so ein Kampf und sein Traum oder hätten wir jetzt mit Kakashi gegen Obito haben wir so wieder gefragt was mit denen ist Träbt sich ja ganz gut. Ich habe das Wort aus dem Narton zu erzählen. Du selbst, hast du dich an den Narton zu verraten? Ich weiß, dass du das alles verstehen. Ich möchte das alles verraten und verraten. Das war's für mich. Ich glaube, dass ich mich nicht verletzt habe, dass ich mich nicht verletzt habe. Das ist nicht so, dass das Rind nicht so, was die Rinds-Bereich ist. Ich habe nur ein Schöneid-System gemacht, als der Schöneid-System. Sato und die Schöneid-System. Ich bin wirklich der Schöneid-System. Das ist der Welt. Das ist der Schöneid-System. Das ist der Nartow. Und ich habe das Gefühl, dass ich das Gefühl, dass ich das ganz schön bin. Du bist jetzt, dass ich das ganz schön bin, dass ich das ganz schön bin. Kaka-Chi, ich bin schon im Garten. Ich habe mich nicht so, dass ich mich nicht so fühle, wie ich mich nicht so fühle. Nicht so. Das ist ein Mensch. So geht es nur einen Moment, wenn man sich anfühlt, wenn man sich anfühlt, wenn man die Herz auf dem Liedschenkarten kann. So, wie kann man sich das Herz aufhören, wenn man sich anfühlt? Hobbito, die Herz aufhören kann, die anderen sich anfühlt. Okay. Und wie kann man den Kumpel nicht auf keinen Wissen tun? Das ist ein weiteres Kumpel. Und wie kann ich mich als Kumpel machen? Ich kann mich als Kumpel setzen, dass du mich als Kumpel machen kannst. Es ist aber unvergültig, aber ich habe mich nur auf dich verletzt. Das ist kein Sparing, Alter. Das ist kein Sparing, Alter. 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 Heeeeee! Naja, das gleiche haben wir auch bei Dingens, ähm... Nein, ich wollte gerade sagen, sie sind das Arsch-Button. Die übelste Attacke ever von Kakashi, die ich jeden sehen habe. Ja, die ich jeden zu tun habe. Soll es diese Attacke nicht so? Ja, das ist bei mir. Dann hat er sich dafür geglaubt. Daher habe ich gegenseit, was ich... Ich weiß. Ich habe immer wieder gesessen. Ich bin immer wieder gesessen. Du bist immer wieder gesessen. Ich habe immer wieder gesessen. Ich habe keinen anderen Schein. Ich habe immer wieder gesessen. Ich bin immer wieder gesessen. Boah, das war mega, ey. Das war richtig durchkommend. Und Ende. Das war jetzt irgendwie easy. Der geheimt sich nicht. Das war jetzt irgendwie zu einfach. Oh, mit S? Sweeter Boy, was ist los? Das war jetzt. Das war jetzt. Das war jetzt. Das war jetzt. und in den Künstlern Kürbens 0 Euro 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 aber ein bisschen was Leute Koko Köln Rundfunk Vielen Dank.